Hallihallo Leute im heutigen Minecraft Tutorial möchte ich euch diese wirklich super nützliche Cave Spider XP und String Farm vorstellen. Sinn und Zweck dieser Farm ist es innerhalb von kürzester Zeit viel XP zu farmen und gleichzeitig auch nützliche Ressourcen wie Strings zu farmen. Dabei bietet die Farm mehrere Möglichkeiten, ihr habt die Möglichkeit mehrere Spawner an diese Farm direkt anzuschließen und natürlich funktioniert diese mit einem simplen Crusher. Dazu öffnen wir in diesem Fall einfach die Schleuse, die Spinnen kommen nach oben, wir schließen die Schleuse wieder, drücken den Knopf und die Spinnen werden bis auf ein halbes Herz Leben runter verletzt. Wenn die Spinnen dann hier oben drin sind, können wir im Game Mode 0 theoretisch diese mit einem Schlag töten und so innerhalb von kürzester Zeit eine große Anzahl an XP kriegen. Die Items landen hier unten in der Kiste und somit habt ihr auch die Möglichkeit viele nützliche Items durch diese Farm zu sammeln. Ich wünsche euch an dieser Stelle jetzt viel Spaß mit dem Tutorial. Im ersten Schritt unseres Tutorials müssen wir natürlich zuallererst einen Cave Spider Spawner finden bzw. mehrere. Wenn wir das gemacht haben, legen wir nun den Raum um unseren Spawner frei. Dazu gehen wir einen Block nach oben, setzen hier die Decke und gehen von diesem Mittelpunkt aus vier Blöcke in jede Richtung. Das machen wir jetzt auch, eins, zwei, drei, vier, der fünfte Block ist dann hier vorne die Wand und von diesem Deckenblock zählen wir nun eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke ab. Verkleiden die Wände so, dass die Spinnen nirgendwo in der Wand spawnen können und somit haben wir dann hier einen ausgehüllten Bereich von neun mal neun mal neun Blöcken. Ganz wichtig ist auch, dass ein Block über unseren Cave Spider Spawner ist, denn ansonsten könnten dort eventuell Spinnen spawnen und diese landen, wenn wir den Block da drauf gesetzt haben, nun, nun, so, nur noch im Wasser und jetzt können wir dann im nächsten Schritt auch schon unser Wassersystem anbauen. Weiter geht's, indem wir uns nun für eine Seite entscheiden, wo nachher die Cave Spiders gesammelt werden sollen, dann gehen wir zur Mitte unseres ausgehüllten Blockes und wir entfernen in der mittleren Reihe einmal alle Blöcke, die sich auf der mittleren Linie befinden, denn hier werden wir nachher unsere Cave Spiders mit Wasser zu unserem Crusher transportieren. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir nun hier einen Block weiter nach außen, beziehungsweise zwei, setzen hier vorne eine Kiste und hier einen Hopper der in die Kiste rein zeigt, denn hier werden nachher die Items, die beim Tod der Spinnen gedroppt werden, aufgesammelt. Nun gehen wir über der Kiste 1, 2, 3, 4 Blöcke mit Glas in die Höhe, damit wir auch nachher schön sehen können, wie unsere Cave Spiders sich dort sammeln und nun verkleiden wir diesen Bereich einmal mit zwei soliden Blöcken. Hier schließen wir den Bereich auch ab, hier drüber auch, sodass jeweils nur ein Block Platz ist und jetzt bauen wir hier einen kleinen Bereich, wo nachher die Cave Spiders nach oben gelangen können. Ich würde euch empfehlen, auch hier vorne einmal die Seiten abzuschließen, denn ansonsten kann es sein, wenn sich ein Spieler hier auf dieser Position befindet, dass er nachher von einer Cave Spider getroffen wird. Nachdem wir uns dann hierfür entschieden haben, setzen wir nun einmal auf diese Seite einen Crusher Block, den habe ich jetzt einmal mit einem andersfarbigen Block symbolisiert und das machen wir jetzt auch nochmal eine Stufe hier drüber. Nun gehen wir von jeder Seite nochmal zwei Blöcke nach außen, das machen wir auf beiden Seiten, entfernen jeweils den Block, setzen hier einen Sticky Piston hin und das natürlich auch auf der anderen Seite. Im Grunde genommen ist die Farm nun fast schon einsatzbereit, die Redstone Technik für die Crusher fehlt und natürlich auch das Wasser. Dazu setzen wir jetzt hier hinten einmal einen Eimer mit Wasser, wir sehen, dieser fließt bis hier vorne hin, dann setzen wir jetzt hier eine Steindruckplatte hin und hier hinter den nächsten Eimer mit Wasser. Nun entfernen wir temporär einmal diese beiden soliden Blöcke, setzen hier ein Schild hin, sodass das Wasser nicht hier vorne auf unseren Hopper fließt. Und ganz wichtig ist jetzt nun, dass hier ein Source Block mit Wasser hinkommt und hier ein Source Block mit Wasser. Das heißt, ihr müsst zwei Eimer mit Wasser nehmen, diesen hier hinsetzen und hier hinsetzen. Wenn ihr das gemacht habt, ist der Elevator für die Spinnen nun fertiggestellt. Ganz wichtig, ihr setzt wieder diese beiden Blöcke und nun müssen natürlich noch die Spinnen in die Mitte getrieben werden. Dazu nehmen wir uns zuallererst einmal ein paar Schilder, setzen diese mit Shift-Klick hintereinander, sodass es so hier vorne aussieht. Dann nämlich, der Effekt ist hier, dass das Wasser nicht mehr hier in die Mitte reinfließen kann, sondern von den Schildern abgestoppt wird. Und somit haben wir dann auch unseren gezielten Erfolg erzielt. Oder unseren gewünschten Erfolg erzielt. Das heißt, auf die Seiten kommt jetzt jeweils noch Wasser und sobald nun eine Cave Spider spawnt, fällt diese hier in diesen Wasserbereich rein, wird nach vorne geschoben. Und sobald die nächste Cave Spider dann kommt, drückt diese die noch weiter nach vorne und dann gelangen diese schon in den Aufzug. Nun können wir wieder rausgehen und mit dem Beginn unserer Redstone-Technik beginnen. Im dritten und letzten Schritt unseres Tutorials fehlt nun nur noch unsere Redstone-Technik und dabei beginnen wir mit der unteren Schleuse. Um diese richtig zu bepowern, nehmen wir einen soliden Block mit Redstone drauf, darauf wieder ein solider Block und hier eine Redstone-Lampe. Wenn wir jetzt unseren Schalter hier drauf platzieren, sehen wir, dass die Schleuse zugeht, keine Spinnen theoretisch mehr nach oben kriechen könnten und gleichzeitig wird das Signal hier vorne durch die Lampe angezeigt. Nachdem wir das gemacht haben, würden die Spinnen jetzt weiter nach oben kriechen, wenn die Schleuse offen wäre und bei diesem Punkt hier vorne landen. Nun wollen wir die Spinnen auf ein halbes Herz Leben runter crashen und dazu müssen wir jetzt hier vorne das richtige Timing benutzen. Das heißt, wir gehen jetzt hin, setzen hier drunter einen soliden Block mit 1-2 Blöcken nach außen, das auch in diese Richtung und das auch in diese Richtung. Darauf kommt nun jeweils einmal eine Reihe mit Redstone, ein solider Block und hier vorne ein Knopf, um das Signal einmal in den Pisten reinzugeben und da wir nun 14 Ticks Schaden ausheben wollen, müssen wir eine Redstone-Clock anschließen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, einmal die Möglichkeit mit einer ganz klassischen Repeater-Reihe oder die andere Möglichkeit mit einem ISO-Hopper-Timer. Diese nehmen wir nun, gehen jetzt hin und setzen dafür einen Block nach hier unten, einen soliden Block und einen Block zur Seite, einen soliden Block. Jetzt nehmen wir einen Redstone-Compurator, hier vorne einen Redstone und hier vorne ein Sticky Pisten mit einem Redstone-Block davor. Was jetzt fehlt, ist einmal der Hopper-Timer. Dazu nehmen wir uns zwei Hopper. Dieser Hopper zeigt in diesen Hopper rein, den entfernen wir und nun haben wir zwei Hopper, welche ineinander zeigen. Wenn man jetzt ein Item reintun würde, würde man sehen, eine Glocke würde anfangen zu laufen. Das wollen wir jetzt nicht haben, denn wir brauchen wie gesagt 14 Ticks Schaden. Das heißt, wir nehmen jetzt auf dieser Seite auch einmal das Signal raus, setzen dafür einen soliden Block hier wie auch auf der anderen Seite mit einem Redstone-Compurator. Das Signal wird wieder hier vorne rausgenommen und jetzt fehlt hier ein normaler Pisten. Wenn wir jetzt 14 Ticks Schaden haben wollen, gehen wir hin, nehmen uns 14 Items, tun die hier in den Item-Hopper rein und wir sehen, unsere Glocke fängt an zu laufen. Die Items fließen rüber und wenn wir jetzt unseren Knopf drücken, sollte genau 14 Ticks dieser Block ausgefahren werden, die Spinnen crushen und somit auf ein halbes Herz Leben runterbringen. Um die Farm nun in Betrieb zu nehmen, müssen wir nur noch eine Reihe mit soliden Blöcken hier drüber setzen. Dann fehlt an dieser Stelle einmal ein Zaun bzw. eine Reihe mit Iron Bars. Wir können die Schleuse öffnen, die Spinnen kommen nach oben. Wenn wir dann genug Spinnen hier oben nach einer halben Stunde AFK-Zeit angesammelt haben, schließen wir die Schleuse wieder und können jetzt hier vorne einmal den Crusher in Betrieb nehmen. Wir warten bis unsere 14 Spinnen genügend Schaden erlitten haben und wenn wir dann im Survival-Modus sind, können wir jetzt theoretisch per Hand hingehen, schlagen diese ein paar Items, sammeln wir so auf und innerhalb von kürzester Zeit können wir so auch eine relativ hohe Anzahl an Leveln erreichen. Wenn dann alle Spinnen gestorben sind, könnt ihr wieder die Schleuse öffnen, die Items fallen nach unten, werden aufgesammelt, die nächsten Spinnen sammeln sich dann hier vorne an und weiter geht's mit unserer Farmerei. Ich hoffe dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, wie ihr mehrere Cave-Spider-Spawners aneinander anschließen könnt. Dazu geht ihr einfach hin, entfernt unten einmal einen dieser seitlichen Blöcke und lasst hier einen anderen Wasserstrom mit Cave-Spiders anschließen. Diese sollten dann auch automatisch wieder nach oben transportiert werden, das heißt diese Farm ist wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet, mehrere Cave-Spider-Spawner an eine Crusher-Anlage anzuschließen. Falls ihr Fragen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche für das nächste Tutorial habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare geht, dort eine Bewertung schreibt. Ansonsten gibt es an dieser Stelle unten in der Videobeschreibung auch noch eine Playlist mit vielen weiteren interessanten Tutorials und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.